Moin Leute, was geht? Hoffentlich hört ihr mich soweit, wenn nicht? Oh egal. Ja, mein Name ist Zidu Gamescom auf der Base Station 4 und herzlich willkommen wir zu GTA 5 und heute werden wir mal so einen coolen kleinen... so, ich würde mal das falsche Sprung machen, weil das heißt. Und den will ich euch einfach mal so zeigen, natürlich wieder in First Person Perspektive. So, jetzt müssen wir mal gucken. Trail. Ja, ich finde GTA 5 sowieso richtig geil. Ja, erstmal was mir gefällt ist der Hammer First Person Modus. Der ist absolut geil. Hier dieses ganze Gras, diese Waffen, die Geräuschkuläse. Was war das? Scheiße mal, keine Muni mehr. Oh, hier noch ein bisschen. Ja, hau lieber ab. So, jetzt gehen wir mal da hoch und schau mal. Was einen Dollar kostet, dass er durchzukommen. Auch viel sehen wir, viel sehen wir dadurch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einen Fallschirm am Start haben. Und Fallschirm ist immer gut, weil wir brauchen den Fallschirm jetzt auch. Ja, die aus wegen der Kack-Gamer und unseren besonderen, ja, wir nehmen mal das, äh, unsere besondere Fähigkeit aktivieren. Ja, und jetzt geht's ab, Achtung. X, X, Ripple X, würde ich da mal sagen. Oh. Schnell mal den Schirm öffnen. Sonst sind wir nämlich tot. Und das ist ja, beschleunigen wir das mal hier. Da hat ordentlich Speed drauf, würde ich mal sagen. Ordentlich Geschwindigkeit. Heißt mal, koppeln wir uns mal ab. Warte mal. Wir koppeln uns jetzt mal ab. Ich drück mal Dreieck. Vielleicht überlebe ich ja. Ja. He, leider nicht. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Euch du kannst kommen auf der Playstation 4. Ciao.